Wir haben doch schon so lange nicht mehr gezockt, ne? Ja. Können wir gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt überhaupt noch irgendwas kann. Wahrscheinlich nicht. Du, aber wir werden jetzt wahrscheinlich wirklich was sagen. Ja, ja, der kann nur mit seiner Hand nicht zocken. Ich hab die jetzt getaped, ey. Das geht jetzt richtig ab hier. Ja? Getuned sozusagen. Ja. Das war ein wenig schwach, mal lieber ein wenig mehr tape. Ja. Aber es ist schwierig, es ist schwierig, muss ich ja gerade sagen. Da, da, den ersten Hilfskill. Der Stubo, alter. Da, zwei Kills, geh ab hier! Wer ist der geilste? Ah, mein linker Finger geht noch nicht so, alter. Ich hab Probleme, links-rechts zu laufen. Ja, komm, helfen wir mal, ihr Wichsers. Wichsers. Acht auf, das ist einer! Geht zur Seite, griff das. Danke. Scheiße. Oh, ich wurde wiederbelebt. Hinter uns. Noch einer. Ja. Gute Runde, Leute! Ja, gewonnen! Wir sind die Geilsten! Da, 2-0! Ich bin der Geilste! Alter, es ging richtig gut! Weiter geht's! Wir sind die Besten, ne, jetzt sollte man aufhören. Man sollte aufhören, wenn's am schönsten ist. Ich hab sogar einen Service da bekommen. Für die AUK3! Lol! Oh, nicht beenden! Alter, 3-0! Ich hab, glaub ich, eine Minute gespielt! Kannst mal sehen. Stell dir mal vor, du hättest vier Minuten gespielt! Das ist doch das allerletzte! Wenn Origin startet, hört der Rechner einfach mit allem anderen auf. Hä? Ernsthaft? Ja, TeamSpeak hat jetzt komplett aufgehört. Hä? Du bist aber noch hier drin, das weißt du, ne? Ja, ja, passiert halt. Also, ich hab euch nicht mehr gehört, das ist, ähm... Null. Ey, die Namen von den Typen sind da oben auch geil. Fischkoffer, Shorty, Jared... Alter, das könnten nur so ne Freaks sein. Der gute alte Fischkoffer. Der Fischkoffer hört sich direkt an, wie so ein cooler Typ, ne? So, Christian, mach was? Was? Ja, Mann! Fischkoffer hört sich echt richtig cool an, ne? Ach nee, da ist einer drin, den Spot verlassen. Guck mal, da ist ein Abo. Delta! Alle Delta! Delta! Delta mit D! Ja, das ist voll schwierig, so getapet zu zocken. Vor allem, ich hab an dem einen Finger noch so ne krass große Blase, deswegen... Auf die Presse! Boah! Guck mal an, der Stuba! Der andere Stuba, jetzt gibt's zwei Stuba, oder was? Ne, ich? Hab ich jetzt voll zu fast? Ach so, okay. Boah! Hey, alle mit ner Granate, Jungs, ihr habt die Wichsers. Wo seid ihr jetzt auf der Wichsers? Guck mal, der Stuba hat direkt 3-0. Ja, der Stuba ist auf... Ach so, ihr seid auf C-Bud. Join-Game. Vorweg! Hint! Oh, Leid, ist die Flakkin. Nö! Alter! Ich drücke mal die falschen Tasten gerade! Alter, die FPS sind einfach nur göttlich! Ja! Trotz, dass es so hammer-waisig aussieht, und die Taten trotzdem viele, die klein sind. Oh, Leid! Vorwärts, das war's. Das ist ein... Loll! Ah, nice! Wiederbeleid! Ja, du ist gleich mal gekommen, welchen Squad dann, ne? Delta! Ja, warte, ich bin doch nicht... Ich mag gleich, wenn ich tot bin. Hier ist deine erste Hilfe! Robert! Wie? Das ist Lavor. Kannst nicht mal den Steinkirr wehren. Oh! Oh, Alter! Wo willst du denn sie? Hol dir das Medikit! Ach, Christian schießt dir in eine Wand ein. Warum geht der Treffen? Wenn wir auf eine Wache treffen können. Kannst du hier nicht mal einen Blitz verwandeln? Hä? Deine Gegner! Hier ist ein Typ, der hat nichts über den Kopf und der stirbt nicht. Ich... Ich hoffe, es ist ein Teil der Gefe... Boah, wir sind jetzt im selben Squad, Leute. Schwuuuul! Ich bin tot! Woah, scheiße! Der Hauptgeist da draußen ist. Wir haben ziemlich gutes Team, ne? Ach, fail! Loil! Ja, der Sniper! Keine Hoffnung, ist lieber dauer, ne? Neck! Robert, leb mich mal wieder! Ja! Da sind die Gitter! Loil! Ich hab kein Defiz! Der hat kein Defiz! Alter! Drei Mal enteinander! Der selbe Wichser! Der hat kein Defiz! Dr. Sie lathot! Töt ihn! Ja hab ich doch! Schön! Ja! Possicht! Noll! Oh! Wunderbar. Oh, ich hab ihn noch geholt mit der G17, ey. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, hier ist dein Medikin. Ihr wartet auf euren Papa mit dem dicken Gummel. Auf den Babo warten wir. Aber ich weiß, wer der Babo ist. Der Babo. Der Babo. Der Babo. 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 Bo. Alter, ich liebe dieses weihlose Geballer mal so zwischendurch wieder, ne? Damit du auch mal wieder was triffst. Ey, bei Amaz 2 war ich immer so schlecht. Was hat der? Oh, ne. Deiner Scheiße. LOL. Yo. Bam. Hauen wir die alle weg hier. Da hatten wir eben doch schon fast eine ganze Runde gespielt, als wir uns eingeloppt haben. Ja, die Runden sind echt extrem kurz hier gerade, ne? Ja. Weißt du, wie viele Tics hatten die? Was ist das für ne Frage? Tickets. 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 Ja, sind wir 100? Ja, sind wir 100? 150? 150. Ne. Okay. Na okay. Wir sind da fast 64 waren. No, okay. Jetzt nimmer. Geht in der Team. Geht jetzt alle. Na ja, wir sind jetzt gerade mal 20. Ja, sieste. US Tickets 107. Das heißt 100 Tickets oder was ist das hier? Ey, wir werden jetzt viel getrennt, wenn sich jetzt nicht gleich ausgleicht. Hm, ich hoffe das ist das Server mittlerweile in der Aketer. Bong war das jetzt in einem anderen billigen Squad unter der Stube auch also. Wahrscheinlich. Wir sind doch zusammen. Na aber schau mal. Zusammen in einem billigen Squad oder was? Na aber schau mal. Na ja, die sind im falschen Platoon. Wir hintergehen uns sozusagen. Ganz schlimm. So kenne ich euch aber gar nicht. Kein Tee vom Namen. Kein Tee vom Namen. Inakzeptabel. Kann er sich nicht weitergehen? Wollten nicht rum? Ich habe gedacht der Bon, der Bionier wär der Babbo aber. Woll mich den 2 Gegner, voll mich den 2 Gegner. Quatsch. Ach lol. Hast ja recht gehabt. Der Stuber schreit hat auf der anderen Seite nichts gecheckt. Ich dachte, der verarscht mich, weil ich hab die nicht gesehen. Alter, Stuba, bist du blind? Die waren da hinten in so einer Ecke. Aus meiner Sicht konnte ich die nicht sehen. Kinder, hört doch mal zu, wenn wir was haben. Nein! Nein, Stuba, hinter drei. Wahnsinn. Hier ist dein Medikin. Was denn was Schönes hier? Komm, wir gehen mal in A. In A? Ah, ja. Ich hab nur noch Einzelschuss, wieso hab ich nur noch Einzelschuss? Weil du auf V gedrückt hast. Na! Na! Ja, ganz schön. Anpassen. Auslös. Acht auf das Einsatzen von eigener Aufwand. Geil, Alter. Hallo. Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Down for maintenance. Ja, in dem Moment kommt er um die Ecke. Geister, Alter, du kannst das Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Wir haben nicht gesagt. No, hinter uns. Oh, Scheiße. Passt dir keiner mal auf. Wir gehen erst in eine Umfeld. Ich sterbe. Iiiiiiii. Danke. Hinter uns wieder. Scheiße. Ihr habt das Paterziel verloren. Komm schon. Nein, hinter uns. Nein, hinter uns. Nein, hinter uns. Ah, ich kann gar nicht aufstehen, ey. Okay, ich muss meine Waffe ändern. Ich hab nämlich hier nur Crab abstört, mein Brot. Achtung, wir haben das Eingangspieler. Ist ja ... Zauber. Jalalalalalalalalalalala. Varschel! Kommt auf das! Jaaaah, du Scheißschloten. Jaaa, der Eckkartal, ja, Alter, ey. Oh, ich dachte, die sind schon alle weg, ey. Alter, wie oft sind die denn hinter einem? Die ganze Zeit, die bleibt jetzt keine ... Richtig ist Meter groß. Ach, Scheiße. Alter, schießt du einen ab, kommt um die nächste Ecke der nächste, ne? Amna. Ich hab hier alles schon so für ... für ... ... äh, Squatchhilfen. Ich hab Niederhaltung. Niederhaltung, Munition, Granaten, alles gut. Wir machen Schutz vor Niederhaltungen. Ey, ich werd eben mal vom selben geholt. Nein! Da kommt noch einer von hinten angerannt und messert mich. Scheiße! Ja, wieder von hinten! Was gibt's denn nicht? Ich bin hier mit einer ... ... schlimmsten Ecke gespawnt gerade. Hol dir das Medikit! Oh, lol! Achtung! Wir haben das Reisatzziel verloren! Ich wiederhole! Wir haben das Reisatzziel verloren! Jaaa! Schon! Also, die spielen die eigentlich alle nur auf M16 A3? Wo ich bis jetzt noch nicht von nichts anderem getödelt hab. Ja, bitte Arm, Prost! Heide! Da unten waren zwei, ähm, Junge! Äh... Oh! Ja! Da kamen noch zwei, haben die auch noch eine Scheiße! Jaaa! Jaaa! Was ist das denn? Jaaa! Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, geil! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Hier bin noch einer abgestorben, ey! Äh... Und die haben wir gerade mit der, äh... Wir kamen, wir waren... Und... Oh, scheiße! Scheiße! Ey, was ist das für eine Scheiße hier gerade! Aaaaaah! Schuss... Aaaaaah... Alles klar! Alter, M16 A3. Du hältst voll drauf mit Flurs von ihm Schuss. Und stirbst trotzdem zuerst. Hallo! Stuba, hinter dir! Links! Da sind die Trepperstücke, wo es den Ding... schon wieder alter ich wechsle jetzt auf m16 a3 jeder ich wurde nicht einmal doch einmal wurde ich von der armbrust getötet sonst von nichts anderem da 16 9 wieder stubert am ende abgeräumt hat ja weil du gekämpft hast dann eine ecke ist gekämpft sagt da ich habe ich dann ist die ganze komische skill alles da war da wagt er es meine da wagt er es hier meine mein skill in frage zu stellen das und das noch verletzt ja muss man einmal anmerken ein augen charlie und zwei fingerstube ist die beste spieler auf dem spiel ihr kennt in hamburg am kipps jeder den zwei fingerstube muss sein war da hinten steht er ja da steht er in dem ecken arbeit bei a weiße hast du da nichts getroffen schließt mit dem granatwerfer der dich abgetüttelt hat sich zum granatwerfer was willst du arsch nichts getroffen links links naja was soll ich machen halt alleine und da stehen fünf leute um mich rum ich war auch dort aber er hat mich gleich mit ersten schuss mit der dau ich habe nur einen erwischt aber ganz viele verletzt ja er kommt um die ecke mann ich hasse diesen f2000 typ er ist er doch ah nee da ist er nicht mehr ich glaube die schießen von vier seiten auf mich keiner aus meiner nähe gewesen gibt es nicht ah wie viel rennt jetzt mit der schrude rum alle da darf vielleicht was bohren wie er nicht stirbt jetzt kommt schon wieder einer von hinten ja sag mal hält dieses pflaster überhaupt und der björn der liegt nur auf dem boden die umschießen das kommt mir vor als werde ich immer vor sicht manomeda das nervt irgendwie mit den schroten langsam ja mich redzt hier immer einer vorsicht oh scheiße die stehen da wirklich nur mit granatwerfer mit granatwerfer und shotgun rum ne granatwerfer hab ich noch keinen abbekommen doch ich hab ja schon wieder von hinten ja ja klar du wichser ich wusste dass du da hinkommst hast die granat abbekommen ach alter wie ich gerade kriege i O YO Boote von der Seite Dieser Sniper mit seiner Schrote, ich hasse ihn Oh, wie viele hier bei A sind Wahnsinn, da außen, ne? Ja, ey, warum stirbt der denn nicht? Scheiße hier Hey, es kann nicht sein Das kannst du mir doch nicht erzählen, wie er sich da rumdreht Ach, komm Wir haben verloren, nein Man Alter Alter Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020